Freunde, wir müssen reden. Wisst ihr, es gibt eine Sache in meinem Leben, die werde ich einfach nie verstehen. Wisst ihr, der Lehrer sagt, ich hab eure Klassenarbeiten korrigiert und verteilt dann erstmal die Arbeit. Man selber bekommt dann die Arbeit, einmal deine Arbeit und bemerkt dann folgendes. Ich bin ja noch dümmer als ich dachte. Aber man ist ja auch neugierig und möchte wissen, was die anderen haben. Ey, was hast du in der Arbeit? Ey, und dann gibt es diese eine Person. Das sag ich dir nicht, das geht dich gar nichts an. Was ist dein Scheiß-Pro... Junge, sag doch einfach deine Note. Nein. Zeit doch einfach deine Arbeit. Zeit doch deine Arbeit.